Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Tauschpaket für dich und zwar habe ich mit der lieben Alina vom Kanal Alina Jasmin, ich verlinke dir unten in der Infobox mal ihren Kanal, ein Tauschpaket gemacht. Sie ist eine Österreicherin und da haben wir das ganze Budget dann echt knapp gehalten. Ich bin gespannt, wie sie das Thema gelöst hat, denn das Thema war tatsächlich ein Fauxface, weil wir haben ja nur eine beschränkte Paketgröße. Ich habe ihr eine Glossybox geschickt, also von der Größe her eine Glossybox. Schau auch mal gerne nach diesem Video bei dem Video auf ihrem Kanal vorbei, was ich dir auch unten in der Infobox verlinke und am Ende dieses Videos. Genau, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehne dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich muss gestehen, dass ich ein bisschen getrickst habe, denn ich habe aus vorhandenen Ressourcen auch ein bisschen geschöpft und konnte so das Budget einhalten. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat, denn ich finde es ganz schön schwierig, ein Fauxface für 35 Euro zu kaufen mit kompletten Produkten. Also das fand ich echt schwer. Also machen wir das Kartönchen doch einfach mal auf. Und hier, ja, haben wir schon den ersten Blick in den Karton. Mädchen sind Helden, also da, ja, kann ich zustimmen. Mädchen sind wirklich Helden. Was wir alle meistern, das könnten die Männer so nicht, ne? Und sie hat es wirklich alles einzeln eingepackt, ne? Da muss ich sagen, habe ich dieses Mal gepatzt. Oder ich hatte einfach keinen Platz mehr. Ich habe es leider uneingepackt verschickt. Also bitte, 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 liebe Alina, sei mir nicht böse. Ja, aber es sieht echt schön aus. Also kann ich auch so sehr schön für mein Thumbnail verwenden. Ja, hast du wahrscheinlich gerade auch schon so gesehen, ne? Hm, genau. Liebe Claudia, ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam ein Tauschpaket machen. Ich habe dir ein paar tolle Produkte aus Österreich ausgesucht. Sehr geil. Und bin sehr gespannt, wie dein Look aussehen wird. Ich auch. Deswegen starte ich auch gerade echt nackt, ne? Bin schon sehr gespannt, was du mir eingepackt hast. Kann so sein. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Freude mit den Produkten. Viele liebe Grüße an dich und deine Community. Also fühlt euch alle ganz lieb gegrüßt und schaut gerne bei der Alina vorbei und lasst dir ganz viel Liebe von mir da. Alina Jasmin. PS. Darfst du sehr gerne im Video vorlesen. Okay. Dann mache ich das doch einfach mal. Ja. Hashtag, weil ich ein Mädchen bin. Ach, das finde ich ja herrlich, ne? Das finde ich super. Eine richtig süße Karte. Gefällt mir. Ja, wer ist eigentlich Alina Jasmin? Das ist eine liebe Lady, die ich auch anfangs schon geschaut habe, bevor ich selber Videos gemacht habe. Und die mich halt auch immer wieder inspiriert hat, wie man was machen kann. Sie macht ganz viele Hauls. Sie zeigt schöne Schmink-Tutorials. Und hat uns auch schon ihre ganze Schmucksammlung mal gezeigt. Der war so richtig toll. Und ja, ich finde sie auch sehr, sehr liebevoll. Und durch den Beauty-YouTuber-Adventskalender-Kalender 2018 waren wir auch zusammen in dieser Beauty-YouTuber-Adventskalender-Gruppe, wie auch immer. Und sie ist einfach eine total sympathische Frau. So. Und jetzt gucken wir mal, was sie mir so feines eingepackt hat. Sie hat die ganzen Päckchen hier nummeriert, wie ich das zu verwenden habe. Und da bin ich echt gespannt. Ich starte mit der Nummer 1. Guck mal, das sind Tütchen. Das ist ja praktisch. Sehr, sehr gut. Look by Beeper. Beeper haben wir ja natürlich bei uns nicht. Das gibt es ja nur in Österreich. Deswegen richtig cool. Anti-Red Make-Up Base Instant Care Effekt. Also das ist dann wohl so ein Primer. Und den tragen wir doch mal direkt auf. Der hat hier so einen Pumper. Das finde ich total süß. Okay. Und dann gebe ich mir den auf die Finger. Der riecht sehr frisch. Und ist so, ja, grünlich halt, ne? Ist halt eine Anti-Red Base. Und watsche ich mir zwischen meinen Mittelfingern und gebe ihn mir auf. Fühlt sich an wie eine ganz normale Creme. Ja. Oh, und der glitzert oder schimmert auch ein bisschen. Das ist ja auch interessant. Ich weiß nicht, die Kamera fängt das wahrscheinlich nicht so ein, ne? Aber da ist auch so ein leichter Schimmer jetzt auf meinen Fingern. Das finde ich irgendwie cool. Ich mag ja diese ganzen Sachen, die das Gesicht zum Strahlen bringen und einen natürlichen Glow verleihen. Deswegen mag ich ja zum Beispiel auch total gerne von How Cosmetics den Primer, weil der einfach so, ach, der ist einfach toll. Und der bringt mein Gesicht zum Strahlen. So. Ich gebe mir auch immer auf meinen Hals ein bisschen Primer. Einfach, weil mein Hals einfach zu meinem Gesicht und zu meinem Kopf dazugehört. Fühlt sich schon mal, oh, das fühlt sich schön an. Jetzt habe ich eine ganz weiche Haut. Hm. Baby Haut. Dankeschön. Da hast du mir Baby Haut gemacht, Alina. Die Nummer 2. Catrice Eye Foundation Waterproof Eyeshadow Primer in Matt. Siehste wohl. Das ist ja schön von Catrice. Das habe ich noch nie gesehen. Cool. Und es ist so ein Füßchen. Füßchen ist das ja. Ein Füßchen. Und das mache ich mir auf die Lider. Oh, der fühlt sich auch schön weich an. Ganz, ganz, ganz soft. Das ist angenehm. Oh. In der Farbe 010. As strong as you are. Das hat gut funktioniert. Und es ist ein bisschen klebrig, aber angenehm. Also von der Konsistenz her oder vom, wie es halt jetzt so auf dem, von der Haptik her, ist es ganz schön. Ich habe meinen Haarreifen vergessen. Sag doch mal einer was hier. Mensch, Mensch. Und ich wurde mir hier die ganze Zeit in den Haaren rum. Die Nummer 3 ist auch mit dabei. Boah, Claudette auch. Wir reimen jetzt hier nicht rum. Das ist auch ein Look by Beeper. I love the Roman's Eyeshadow Palette. Die ist ja hübsch. Guck mal. Das sind schöne Farben. Das gefällt mir gut. Da sind sowohl matte als auch schimmernde Farben enthalten. Und die swatchen wir uns doch einfach mal. Gut, das ist jetzt hier eine Basefarbe. Oh, 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 wow. Da kriegst du ordentlich was auf den Finger. Ja. Das sieht doch schon mal ganz ordentlich aus, ne? Ich glaube, damit kann ich was zaubern. Na, dann wollen wir mal. Erstmal nehme ich hier diese... Achso, das ist kein Spiegelbein. Dann nehme ich mal eben den von Jana. Huch. Nicht auseinanderfallen hier. Manchmal fehlt mir noch so eine Hand. Oder fünf. Das wäre nicht verkehrt. Sehr, aber komisch aus, ne? Jo. Ich glaube, so funktioniert das am besten. So. Genau. Dann gehe ich jetzt erstmal hier in diese normale Basefarbe rein. Mit meinem Pinselchen. Und gebe mir das auf mein Lid. Also für eine Basefarbe ist das schon mal sehr, sehr gut pigmentiert. Gut, ein bisschen Fallout habe ich jetzt hier unten drunter. Das kriegen wir aber wohl weg. Aber sie wird sich ja was dabei überlegt haben. Dass sie mir halt empfohlen hat, erstmal den Lidschatten aufzutragen. So. Dann gehe ich in diese Farbe. Dieses Tau. Auch mit diesem abgeschrägten Pinsel. Ja, ein bisschen muss ich die abkloppen. Sonst habe ich wieder Fallout. Und ja, ein bisschen Kickback hasse. Aber das ist nicht schlimm. Ich komme damit klar. Und dann setze ich mir das als Lidfalten, Basiston, wie auch immer. Rein. Es ist sehr soft von der Pigmentierung her. Jetzt so auf den ersten Blick. Aber es sieht schön natürlich aus. Also ich denke, dass es was wird. Ich finde, auf dem Augenlid wirkt es deutlich rötlicher, als es im Fändchen wirkt. Also hier ist es sehr taubmäßig, sehr insbräunliche. Und auf dem Lid wirkt es etwas rötlicher. Finde ich aber nicht schlimm. Die Lidschatten, die hier drin sind, sind sehr, sehr soft gepresst. Also die Formulierung, das merkst du auch einfach. Es ist sehr weich. Auch als ich die geswatcht habe, es ist alles sehr, sehr soft. So, dass wir hier einen rötlichen Unterton haben, ist gar nicht so schlimm. Denn ich gehe jetzt auch mal in dieses, ja, dunkelrot Magenta, genau, mit dem Blendepinsel rein. Ja, du hast Kickback. Aber dafür hast du auch eine, ja, eine gute Pigmentierung. Also der ist jetzt wirklich schön von der Pigmentierung her, ne? Die Alina schminkt auch sehr, sehr gerne diese rötlichen Looks. Deswegen passt es sehr, sehr gut, dass sie mir diese Palette mit reingelegt hat. Weil es passt zu ihr halt auch. Ich hätte nichts anderes von dir erwartet, Alina. Ja, einfach nichts anderes. Es geht fast schon ins Pinke, finde ich, ne? Das finde ich witzig. Ja, es ist sehr rot, ne? Dann nehme ich dieses Kaminrot mit einem Smudging Brush. Gehe da einmal so durch. Boah, das ist echt soft, ne? Und gebe mir das einfach auf mein Lid. Also mein bewegliches. Die ist nicht so gut pigmentiert, die Farbe. Aber sie lässt sich aufbauen. Das geht dann schon wieder. Also die Farben harmonieren auch echt gut miteinander. Aber es ist schon ziemlich krass, ne? Wow. Ich mache mal kurz ein bisschen Fallout weg. So, dann nehme ich wieder den Blendepinsel. Und gehe in dieses Graue rein. Ganz außen. Das schimmert auch ein ganz kleines bisschen. Und gebe mir das einfach nochmal hier außen so ein bisschen hin. Und wenn das Graue so jetzt auf diese anderen Farben trifft, dann wird es irgendwie lila. Das ist schon ziemlich interessant, oder? Wie die Farben sich so verändern. Mache ich zwischenzeitlich mal diesen Blendepinsel ein bisschen sauber. Da habe ich ja diesen Catrice Quick & Easy Brush Cleanser Pot. So sieht die Verpackung aus. Kann ich euch auch nur ans Herz legen. Ist mega geil. Und gehe dann nochmal in dieses Top. Und verblende nach oben hin so ein bisschen. Und mit meinem kleinen Finger gehe ich dann hier in diese schimmernde Farbe. Das ist so ein, ja, kleiner Finger vor allem. So ein ganz zartes Rosa fast schon. Und gebe mir das einfach in den Augen-Innenwinkel. Und weil ich Bock drauf habe, ziehe ich das auch noch ein bisschen hier übers Lid. Und tupfe das so ein bisschen. So, das sieht jetzt alles noch ziemlich unfertig aus. Aber wenn ich nachher noch Foundation und Concealer drauf mache, der hoffentlich auch noch da drin ist, dann, ja, ich kann ja noch nicht unten meinen unteren Wimpernkranz machen. So, das ist auf jeden Fall eine coole Lidschattenpalette. Die lasse ich hier aber auch noch erstmal stehen, weil ich ja gleich noch meinen unteren Wimpernkranz machen werde. Mir gefällt die ganz gut. Also für den Alltag ist es, glaube ich, ein bisschen zu knallig für mich. Aber ich finde sie eigentlich ganz schön. Die Pigmentierung finde ich stärker als erwartet. Und die fühlen sich auch schön an, die Farben. Also von der Weichigkeit, von der Haptik, ist es sehr schön. Und was mir auch auffällt, es passt perfekt zum Haarreifen und irgendwie halt auch zum Oberteil, ne? Weil diese pastelligen Töne, das passt immer ganz gut. So, das nächste Päckchen ist die Nummer 4. Die Nummer 4 ist hier. Das ist auch von Look by Bipa. All over mud makeup. Approved long wear. In der Farbe 10. Okay. Ich habe hier schon mein Emberschwämmchen befeuchtet. Das ist schon wieder riesig geworden. So, dann mache ich mir mal was auf meinen Handrücken. Oh ja. Die ist, oh, guck mal. Die ist richtig fest. Das ist eine richtig feste, cremige Textur. Dann wollen wir mal schauen. Ich glaube, es ist besser, dass ich mir das jetzt erstmal mit dem Finger auf mein Gesicht gebe. Oh mein Gott. Das ist fast schon von der Konsistenz her wie der Catrice One Minute Face Perfector. Gott. Das ist aber hell. Huch. Wir schauen mal. Wir schauen mal. Wir schauen mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt so sinnvoll ist, es mit einem angefeuchteten Beauty-Schwämmchen einzublenden. Aber ich versuche es mal. Doch, das geht wohl. Passt sich schon dem Hautton an. Das muss ich sagen. Also, natürlich werde ich ein bisschen blasser dadurch. Aber es passt sich gut an. Also, ich habe jetzt auch jetzt, das finde ich auch so cool, jetzt so im Spiegel sieht es nicht so aus, als hätte ich hier oben zum Beispiel so ein Make-Up-Rand. Das passiert bei mir nämlich ziemlich oft, weil ich auch immer so in meinen Ansatz rein verblende. Und dann wirkt es manchmal so ein bisschen, sieht kacke aus. Das habe ich hier nicht. Und das ist unfassbar matt. Wow. Also, das ist extrem matt. Also, so eine matte Foundation habe ich, glaube ich, noch gar nicht. Krass. Eigentlich müsste ich jetzt nicht am Hals runter verblenden, weil das wirklich sehr, sehr gut zu meinem Hautton passt. Also, ich glaube, ich hatte noch nie so ein extrem passendes, so eine gute Foundation. Also, vielen, vielen Dank. Da hast du mir echt eine Freude bereitet. Das muss ich wirklich sagen. Wow. Alina. Vor allem, wenn man bedenkt, wir haben uns ja nie persönlich getroffen. Sie sieht mich ja nur in der Kamera. Das ist so heftig, dass man dann trotzdem herausfindet, was zum anderen passen könnte. Das finde ich echt cool. Wow. Bin begeistert. Ja, auch mit dem Schwamm hat sich das eigentlich ganz gut so einarbeiten oder verteilen lassen. Das gefällt mir. Das sieht vom Ergebnis echt toll aus. und die, ne, passt super. Das sieht gut aus. Das sieht nicht, überhaupt nicht fleckig aus. Ich bin mal gespannt, wie das dann später halt, wenn man es länger trägt, aussieht. Ich denke, dass ich nicht die Zeit habe, das noch abzufilmen, weil ich filme jetzt am Freitagabend und morgen am Samstag um 11.30 Uhr wollen wir dieses Video online stellen. Das heißt, ich schreibe dir das mal unten in die Infobox, wie das so gehalten hat. Aber echt, ich bin baff. Das sieht jetzt alles sehr, sehr hell aus, aber ich habe ja bestimmt hier noch irgendwie einen Bronzer oder sowas drin. Aber Leute, mir gefällt diese Foundation echt gut. Das ist toll. Look by Beeper All Over Matte Makeup Approved Longwear. Also, ne, es fühlt sich auch total seidig an. Echt toll. Vielen Dank, Alina. Das ist ein geiles Produkt. Wow. Hier haben wir die Nummer 5. Und hier ist der passende Concealer. Matte Camouflage Concealer Approved Longwear. Ja, also auch wieder zur Foundation passend in der Farbe 010 Light. So sieht der aus. Ja, riecht halt noch nicht viel, ne. Also, ich denke, dass der ein bisschen zu matt ist, ein bisschen zu trocken, weil ich hier mit meiner trockenen Haut zur Zeit unterwegs bin. Und dass der mit da vielleicht etwas in die Fältchen kriechen wird. Aber du siehst ja schon mal jetzt hier den Unterschied. Und das ist schon mal der Wahnsinn. Also, der ist richtig Camouflage. Wow. Das war jetzt einmal ein bisschen. Der hat schon direkt... Wusch! Der ist schon steil gegangen. Krass. Ich mach mir hier noch ein bisschen was drauf. Der ist... Der ist auch gut. Meine Güte. Du hast mir echt tolle Produkte hier reingelegt, Alina. Wenn der auch im Longwear-Test, sag ich mal, gut performt, dann bin ich glücklich. Boah. Ja, der legt sich jetzt hier ein bisschen auf meine Poren drauf. Also, hier legt es sich ein bisschen auf meine vergrößerten Poren oder was auch immer ich da so hab, drauf. Aber das machen sehr, sehr viele Concealer. Ansonsten finde ich es vom Finish her bombastisch. Also, das ist schon ein extrem heftiger Unterschied. Vor allem, weil ich in letzter Zeit auch sehr, sehr oft den von La verwendet habe, der ja sehr soft ist, ne. Der ist sehr, sehr, sehr dezent. Und dann hast du hier so einen Camouflage-Concealer und hast direkt, boom, Deckkraft. Krass. Verträgt sich gut auch mit der Foundation. Also, die sind da auch freundlich zueinander. Also, da hab ich im Großen und Ganzen nichts zu meckern. Ach, da unten, das deckt der ja zackig ab. Wahnsinn. Muss da auch nicht ultra viel ausblenden oder so. Das ist ja heftig. Krass. Bipa Bipa. Da hast du aber ein krasses Gefährt rausgebracht. Wow. Ich glaube, ich muss mal öfters ein Tauschpaket nach Österreich machen, Alina. Dann kannst du mich wieder versorgen. Dann kann ich dir vielleicht mit Rossmann-Sachen aushelfen und du hilfst mir mit Bipa-Sachen aus, die du empfehlen kannst. Das wäre doch mal was. Ja. Ne? Also, da hab ich jetzt extrem weiche Unteraugen-Bereiche. Ich hoffe, das nächste, was drin ist, ist etwas zum Setten. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern der mir jetzt in die Fältchen kriechen wird. Aber ich glaube, Setten wäre da echt nicht verkehrt. Weil ich hab einfach, ne, so ein bisschen Augenringe. Nicht, ähm, Augenfalten. Ist nun mal so. Krass. Auch wenn ich mich jetzt da in der Kamera sehe, ne? Hammer. Wie das aussieht. Das ist der Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Geiles Produkt. Also, wenn ihr einen Bipa-Zugang irgendwie habt, dann schaut euch das Teil mal an. In Kombination mit der Foundation auch richtig geil. Also, ich hab jetzt ja wirklich richtig was im Gesicht, ne? Also, ich hab sehr matte, sehr deckende Produkte in meinem Gesicht. Aber es fühlt sich leicht an. Ich hab jetzt nicht irgendwie diesen Masken-Effekt. Jedenfalls nicht. Also, gefühlt halt nicht, ne? Es fühlt sich alles sehr, sehr leicht an. Wow. Cool. Die Nummer 6. Oh ja, richtig geil. Es ist ein, ähm, mattierendes Puder, äh, von Essence. Essence Mattifying Compact Powder. So schaut das aus. Das ist in der Farbe 10 Light Beige. Ich mag Essence Puder sehr, sehr gerne. Ich hatte ja dieses All About Mud. Mmh. Und das hier hab ich noch nie irgendwo gesehen. Richtig cool. Da sind wir mal gespannt hier. So. Erstmal so ein bisschen nochmal. Ne, Grease hat der auch gar nicht. Aber trotzdem. Das ist jetzt einfach mal so aus, äh, Reflex. Ich weiß es nicht. Zum Setten nehme ich mir mal hier diesen Pinsel von Luvia. Äh, ja. Genau. Aus der Prime Wagon Reihe. Geh dann hier in das Puder mal rein. Ist jetzt einfach mal für unter die Augen, ne? Geh dann unter meinem Auge entlang. Aber eigentlich muss ich den nicht setten, weil der auch schon, der ist trocken, ne? Der betont so ein bisschen meine Fältchen, ähm, weil er halt trocken ist. Aber dafür rutscht er nicht in die Fältchen. Also das eine willst du, das andere musst du. Kannst du nicht jetzt irgendwie alles haben im Leben hier. Also im Prinzip überall, wo ich jetzt mit dem Concealer war, gehe ich jetzt hier mit diesem Pinsel nochmal ein bisschen präziser entlang. Und dann nehme ich mir einen großen Puderpinsel von Luvia. Geh der rein und pudere mein Gesicht ab. Auch wenn ich das eigentlich in dem Sinne nicht so ultra müsste, weil ich bin ja schon, ja, matt. Aber das ist dann halt auch, wenn nachher vielleicht noch irgendwelche Gesichtsprodukte kämen, dass ich da halt noch in irgendeiner Art und Weise eine bessere Verbindung schaffen kann. Das ist halt ähnlich wie, wenn du deine Lidschattenbase abpuderst mit einem hellen Lidschatten. Dann hast du halt nachher, finde ich, eine bessere Verbindung mit den ganzen Lidschatten. Ja, also das hat auch ein schönes Finish gemacht und meine Haut noch weicher gezeichnet. Das Puder gefällt mir richtig gut. Das ist toll. Von Essence Mattifying Compact Powder. Schaut euch das gerne mal an. Ich habe das aber im DM noch gar nicht gesehen, muss ich gestehen. Ja, ich kann jetzt mein Under-Eye weitermachen. Ha, dann mache ich das doch mal. Komm mal näher hier doch. Äh, so rumdrehen, genau. Hi. So, unten möchte ich jetzt eigentlich nur so ein bisschen grau werden, weil rot finde ich jetzt ein bisschen schwierig. Ähm, genau. Deswegen gehe ich hier einfach in dieses grau-lila transformierende Ding rein und presse mir das richtig unten an mein Auge dran. Aber dann kannst du halt hier so einen leichten Smoke-Effekt quasi noch zaubern. So, mit diesem Magenta-Rot, äh, da. Mit diesem Magenta-Rot verblende ich das hier an der Seite nochmal so ein bisschen. Und mit dem Point-Brush gehe ich dann wieder in dieses Rosa rein und setze mir das zum einen richtig ins Inner Corner und ziehe mir das sowohl hier unten noch ein bisschen entlang, äh, nicht ins Auge, als auch hier oben. Ich finde, das öffnet einfach nochmal so ein bisschen das Auge. Leadschatten-Look ist vollendet. Gefällt mir ganz gut. Das ist so ein typischer Alina-Look. Ja, mag ich gerne leiden. So, dann habe ich hier die Nummer 7. Und hier haben wir die Countering and Sculpting Palette. Das ist die Farbe 010. Das ist mit einem Konturbronzer, einem Blush und einem Highlighter. Und das sieht schön aus. Das sind richtig schöne Töne. Wow, die fühlen sich wieder so weich an. Das ist ja Wahnsinn. So sehen die aus. Und die sind sehr dezent und das gefällt mir gut. Das passt auch, weil ich bin ja relativ hell. Relativ. Sagen wir relativ. Manche sagen todeshell. So. Ich möchte anfangen mit dem Blush. Oha. Der krümelt aber. Das ist sehr heftig. Und ja. Trag mal den Blush auf. Ja, der ist sehr hell. Aber er gefällt mir. Kann man bestimmt auch noch ein bisschen mehr aufbauen hier. Oh ja. Das ist auch schön peachy, ne? So ins natürliche. Das verleiht einfach dieses natürliche rote Wangen und gibt meinem Gesicht halt auch wieder ein bisschen Farbe zurück. Das mag ich. Das sieht doch schon wieder ein bisschen mehr nach Farbe aus, ne? Genau. Dann gehen wir jetzt in den Bronzer rein. Oha. Okay. Das ist halt von der Konsistenz her oder von der Textur her wirklich soft. Deswegen dippe ich den da einfach mal rein. Und trage mir den dann auf. Also sehr, sehr pudrig. Das ist wirklich sehr pudrig. Ich habe enorm viel Kickback in der Palette. Aber die Farben mag ich. Das passt einfach auch zu mir, ne? Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt kommen wir zum Highlight. Zum Highlighter. So. Da habe ich hier auch von BH Cosmetics aus dem Rose Quartz Set so einen Highlighter-Pinsel. Und dann gehe ich erstmal hier so vorsichtig drüber. So ein schöner Champagner-Ton, ne? Oh, der kann aber was. Nicht zu extrem, aber der kann. Das ist cool. Der erinnert mich halt auch echt an die Essence Hey Cheeks Palette. Da muss ich wirklich sagen. Vom Ton her ist der toll. Oh. Das sieht gut aus. Das ist eine schöne Palette. Die ist zwar sehr, 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 sehr dezent gepresst. Aber sie macht ein richtig schönes Ergebnis. Und sie passt voll zu meinem Hautton-Typen. Ne? Gefällt mir. Dankeschön, Alina. Die ist geil. Die ist richtig geil. Wow. Dann gucken wir mal weiter. Hier habe ich die Nummer 8. Hier haben wir schon mal eine Mascara. Mascara. Das heißt, ihr werdet mich heute ohne Eyeliner sehen. Oh mein Gott. Ja. Ne? Damit muss ich auch erstmal klarkommen. So. Ach so. Ich sollte jetzt mal zeigen, was das für eine Mascara ist, bevor ich die drauf mache. Das ist die Look by Bipa Drama Doll Mascara. Also im Prinzip mache ich hier fast auch einen Full-Face-Look by Bipa. Das ist ja auch witzig, ne? Das ist die Mascara. Und sie scheint waterproof zu sein. Weiß ich nicht. Blau ist für mich immer waterproof. Turn up the volume. Die cremige, wasserfeste Textur erreicht jede einzelne Wimper und sorgt für einen widerstandsfähigen, voluminösen Wimpernkranz. Durch mehrmaliges Auftragen kann der Volumeneffekt intensiviert werden. mit wertvoller Monoi-Butter angereichert. Na guck. Dann gucken wir mal. Also dieses hier oben zum Drehen finde ich ganz cool, ne? Sieht schon mal ganz cool aus. Ein Gummibürstchen. Sehr gut. Ich mag Gummibürstchen. Eigentlich mag ich mittlerweile so gut wie alle Bürstchen, weil meine Wimpern auch sehr freundlich geworden sind und so gut wie alles annehmen, was man ihnen so gibt und aus allem etwas Wundervolles zaubern. Riecht ganz angenehm. Schicht Nummer 1. Ja, jetzt in der zweiten Schicht fängt die Mascara an, so ein bisschen klumpig zu werden. Deswegen belasse ich es auch bei zwei Schichten. Gefällt mir aber ganz gut. Doch. Also sie verlängert die Wimpern und gibt auch Volumen. Finde nur ich, dass es irgendwie so ein bisschen so aussieht, als hätte ich jetzt künstliche Wimpern drauf. Das ist schon krass. Also das Ergebnis ist der Hammer. Das gefällt mir echt gut. Wow. Ich kann mich echt nicht beschweren. Alina, die Produkte, die du mir in das Paket gepackt hast, die sind durch die Bank weg. Echt geil. Das ist echt geil. Guck dir das an, diese Klimperwimpern. Ich finde das faszinierend gerade. Und übrigens der Concealer, der ist nicht am Creasen oder so, ne? Der hat sich nicht in die Fältchen gesetzt. Der bleibt da, wo er hingehört. Richtig cool. Wow. Also, auch die Mascara ist auf jeden Fall ein total super tolles Produkt. Schön. Drama Doll Mascara. Ja, das sind wirklich Puppenaugen, die ich jetzt habe. Wahnsinn, wie lang die Wimpern sind. Ich meine, klar, das Wimpernserum macht ja schon einiges, ne? Und pflegt die Wimpern und verlängert die Wimpern und alles, was ich da ja auch immer so drauf klatsche. Aber das ist ja von, also von 0 auf 100, ne? Weil ich habe ja ungeschminkte Wimpern vorher gehabt und jetzt habe ich richtig krass lange Wimpern. Wahnsinn. Ich glaube, wenn ich jetzt im Wind stehen würde, würden meine Wimpern im Wind wehen. So wie Haare das normalerweise tun. Heftig. Krass. Dankeschön. Da hast du mir ein geiles Teil geschenkt. Das sag ich dir. Und da haben wir hier die Nummer 9. Perfect in Shear. Ein Lipstick ist das. Gucke mal. Pflegend glänzender Lippenstift ist das. Steht hier hinten drauf in der Farbe 080 Lovely Day. Der riecht nach nix, ne? Einfach mal komplett nach nix. Ist aber ein schöner Rosenholzton. Guck mal, der ist ganz dezent. Das passt jetzt auch super zum Augenmake-up. Weil das ist ja Kabam. Und jetzt brauche ich auch so einen nudigen, nein, einen dezenten, schieren Lippenstift. Und den mache ich mir jetzt mal drauf. Ah, der fühlt sich echt pflegend an jetzt. Der ist cool. Der ist richtig cool. Der passt schön zum Look. Und warte. So. Jetzt ist er auch zu. Und macht das Ganze wirklich perfekt. Der macht das echt rund, den Look. Das gefällt mir sehr gut. Mensch, Alina. Echt geil. Ja, also der fertige Look gefällt mir echt gut. Und ich habe noch ein einziges Päckchen hier drin. Hier steht drauf ein kleines Zusatzgeschenk. Das packen wir doch mal eben aus. Oh. Von Be Good. Natürlicher Hand- und Nagelbalsam mit Glücksklee. Ach, wie cool. Das ist ja schön. Ich mag Glücksklee, ja. Das ist, oh. So, ihr Lieben. Das ist jetzt der fertige Look. Ähm. Die Augenbrauen fehlen zwar noch. Aber ich finde es so eigentlich auch ganz nice. Ich gucke mal eben, wie das aussieht, wenn ich mir Augenbrauen machen würde. Ich habe jetzt ein bisschen, ein klitzekleines bisschen gecheatet und habe mir die Augenbrauen noch eben schnell nachgezogen. Das rahmt einfach irgendwo nochmal das Ganze ein. Und ich finde, mittlerweile muss das auch einfach sein. Damals habe ich mir nie die Augenbrauen gemacht. Mittlerweile mache ich es immer. Also jedenfalls immer, wenn ich mich so schminke. Ähm. Das Make-up fühlt sich echt toll an. Es fühlt sich leicht an. Es fühlt sich so mega angenehm an. Also richtig, richtig geil. Vielen Dank, liebe Alina. Du hast mir eine große Freundin bereitet und mir richtig, richtig, richtig coole Produkte geschickt. Liebe Alina, sehr, sehr gerne wieder. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Es war ein cooles Thema. Und guckt euch das an. Also es ist schon ein witziger Look. Ich finde es wirklich cool. Ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Wir schauen jetzt alle mal bei der lieben Alina vorbei. Das Video verlinke ich dir hier auf dieser Seite. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich gerne einmal kostenlos abonnieren. Aber wir schauen jetzt bei Alina vorbei. Also auf zu Alina. Ja, lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.